Und damit... Und damit hallo und herzlich willkommen zu Das Rätsel auf den Gleisen. Nein, Spaß. Sherlock Holmes. Und der Fall heißt diesmal Das Rätsel auf den Gleisen. Ich bin schon gespannt. Den ersten Fall haben wir ja brillant gelöst. Mit der richtigen Lösung. Und jetzt bin ich mal gespannt, was diesmal passiert ist. Das Rätsel auf den Gleisen. Wo ist das denn? Das Rätsel ist so wichtig. Und das ist warum er so wichtig ist. Wir sind jetzt nach dem Trainsten. Ich weiß. Du... ...signal? Sherlock, ich brauche deine Hilfe. Es gibt Menschen, die in unserem Land und der Gleisen. Sie müssen uns mit diesen... ...methoden von dir. ...methoden. 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 Das hört sich schon mal ein richtiger Zuneigung an. Das ist die purchases. Die Tischplicht ist hier. Du 있 sensbergero Lenoir-Serve. Die Maria. Sie sind unionisch. Diecheck-T gapfusokers. Bitte denken Sie. Die sind elaboriert etwas Privileg pains. Die Planung. Die Familie brauchen Sie. Sie brauchen mich. Und Sie sind nicht der Land. ...enn von Ihnen gew HSに浮 dumb auch weiter... Mrs. Hudson, Tee wird nicht notwendig sein. Dr. Watson, der Trainwürger, Mr. Parker, ist bewusst, dass du sieben Minuten später bist. Du bist in der vierten Fahrt. Der Train wird dich erwartet. Sherlock, genieße deinem Zeit in Staffordshire. Und bitte schreibe mir auf deinen Rückkehr. Okay. Also haben wir quasi schon so eine Hauptmission im Moment. Ach, ich habe noch ein Souvenir gekriegt sogar. Hier sehe ich den letzten Fall. Die fünf mit der Tat zusammenhängenden Leute. Ein Bahnhof bei Nacht. Ein angekommener Zug. Ein außergewöhnliches Rätsel. Holmes and Watson. Watsons Rückkehr aus dem Urlaub. Wird zu einer abenteuerlichen Geschichte. Sehr gut. Oh, jetzt habe ich auch mal hier meine schicke Kappe auf. So, wo kann ich denn überall hinreisen? Nirgendwo. Ja, dann rede ich erst mal mit Watson, würde ich sagen. Holmes, bitte kenne ein Kabel während ich meine Kabel packe. Wir sollten uns bald für den Trainwürger. Oh, vielleicht nochmal durchs Teleskop. Oh, und diese dicke Frau steht immer noch da. Ist doch unfassbar. Hat die ganzen Tag nichts zu tun, oder? Wo stehen denn hier die Kutschen? Ja, wie soll ich denn jetzt eine Kutsche rufen? Da stehen auf jeden Fall Kutschen draußen. Ähm... Watson, I'll hold the cab for us. We leave in five minutes for the station. Okay. So geht's natürlich auch. Hilfe, F1 drücken. Ja, sollte ich vielleicht mal benutzen. Beim ersten Fall war ich bei einigen Sachen nicht so sicher. Die habe ich eher so instinktiv gemacht. Aber naja. Oh, sehr schön. Der sieht auf jeden Fall sehr schwer aus. aus. Mysteriös. Sehr früh am nächsten Morgen. Gesammelt habe ich eigentlich noch nichts. Genau, ich habe keine Hinweise. Von daher ist ja auch noch kein Wort passiert. den Tatort untersuchen. Eversum. 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 Käsche. Klavier spielen? Wieso die Wachterhalle dafür? Willst du ja drüber springen? Nein. Watson, du läufst mir auch nach wie so ein Schoßhähnchen. Ich gehe erstmal zu den Leuten hier. Untersuchen sie das Gleis in dem Gebiet, in dem der Zug verschwunden ist. Achso, da soll ich wohl nicht lang. Ach, ist ja gut. Gehe ich halt in Richtung der Gleisen? Watson, folgen sie mir sofort. Ich erinnere mich irgendwie so ein bisschen an Harry Potter. Ah, das ist also mein Vorstellungstalent. Das ist der Ort, in dem wir die Tränen verschwunden haben. Das ist der Ort, in dem wir die Tränen verschwunden haben. Hier ist doch noch ein Symbol gewesen. Dreh dich jetzt doch mal um. Da. Dieser Fleck da. Boden bei den Schienen. Hm. Also bis jetzt nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Hm. Hm. Ja, genau. Ich brauche jetzt eine Karte hiervon. Jetzt höre ich wieder diese Pianomusik oder so ein Glockenspiel. Sehr schön. Sitzt hier jemand? Büro-Tisch mal untersuchen. Ein neue Telegramm. Ich denke, wir sollten das, Herr Robinson. Hier ist das Train-Set. Von Nottingham nach London. Zug Nummer 324. Zusammenstellung, Lokomotive, Kohlewagen, Erste-Klassewagen, Postwagen, Sonderwagen. Gebucht von Mr. Robinson. Zweite-Klassewagen. Alles klar. Was ist hier noch so drin? Ah, nix. Okay, dann war es das da erstmal. Fragen wir mal den Typen hier nach der Karte, die wir haben wollten. Gut. Und wir wollen mich auf einmal vorstellen. Mein Name ist Sherlock Holmes, und das ist mein Freund und Kollege, Dr. Watson. Ja, ich bin die. Ich bin Station-Master Everett. Du war hier letzte Nacht. Also, du war Mr. Holmes, der Great Detective. Und wirst du dich zu entscheiden, was passiert? Ich werde, in Ordnung. Es ist unglaublich, dass eine ganze Train-Serie könnte das so sein. Okay, dann analysiere ich den mal. Ehrenbahnhof vorstehen da. Okay, Sonderwagen war es, ja. Wertvolle Fracht. Streckenkarte. See you later, Elevator. Gehen wir vielleicht nochmal hier in die Halle rein. Ja, herausfinden, was für eine Fracht das war. Lösen Sie das Rätsel um den verschwundenen Zug. Besorgen Sie sich eine Streckenkarte der Eisenbahnlinie dieser Region. Das wäre für die Ermittlung von großem Nutzen. Finden Sie heraus, was der Sonderwagen des verschwundenen Zuges transportiert. Alles klar. Unglaublich. Es ist unglaublich. Würde ich sagen, wird das hier mal eine kürzere Folge. Und quasi die Einleitung zum neuen Fall. Dem verschwundenen Zug. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt... Ich versuche es gerade hier. Genau so. Perfekt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt... Sherlock Holmes löst wieder einen Fall bei Crimes and Punishments. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auf Wiedersehen. Ciao.